Ich freue mich, dass du dieses Video eingeschaltet hast und ich möchte heute mit dir einen sehr interessanten Gedanken teilen. Ich bin mir sicher, wenn du das verstanden hast und es in deinem Leben anwenden wirst, dass es dir unheimlich weiterhelfen wird. Ich bekomme in letzter Zeit immer mehr Anfragen oder halt eine Bitte, eine Frage zu beantworten und deswegen aus dieser Perspektive finde ich das als für sehr wichtig, diese Antwort in dieser Form zu geben. Ich wiederhole diese Antwort immer wieder diesen einzelnen Personen und deswegen habe ich mir drei Punkte heute aufgeschrieben, die ich dir heute mitteilen möchte. Und ich finde, dass das wichtige Bestandteile unseres Lebens sind, damit wir in unserem Leben erfolgreich sein können. Ja, ich habe dieses Thema genannt, drei Ursachen, warum du keine Antwort auf deine Gebete bekommst. Und ich möchte dir heute nicht etwas vorwerfen, sondern ich spreche eigentlich aus meiner persönlichen Erfahrung. Es sind Dinge, die auch heute noch nicht immer hundertprozentig in meinem Leben funktionieren. Und dennoch ist es meistens so, dass wenn ich für andere Menschen bete, dass ich dieses Feedback bekomme oder diese Dankbarkeit, diese Briefe, diese Mitteilungen, dass es funktioniert hat. Ich bekomme diese Nachrichten und auch allein die Anfragen, die immer da sind, kommen auch aus dem Grund, weil die Menschen diese gute Erfahrung bekommen haben. Diese gute Erfahrung haben, dass Gott durch Gebete antwortet. Und deswegen kommt halt die Frage, warum antwortet Gott auf deine Gebete? Warum, wenn du betest, bekomme ich die Antwort in meinem Leben und wenn ich es mache, bekomme ich es nicht? Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dieser Erfolg kommt nicht durch mich, sondern er kommt allein durch Jesus Christus. Und es ist heute nicht davon abhängig, ob ich heute dieses Gebet spreche oder du dieses Gebet sprichst. Du kannst genauso erfolgreich sein oder besser gesagt nicht du, sondern deine Gebete können genauso erfolgreich sein wie meine. Es hängt nur von der Überzeugung und von der Glaubenseinstellung, die du hast, ob du erfolgreich bist oder nicht, ob deine Worte Gewicht haben oder nicht. Und du wirst verstehen, was ich jetzt gerade meine, wenn ich in dieses Thema gehen werde und dir ein paar Beispiele und ein paar Bibelstellen nennen werde und das versuche zu erklären. Es ist auch heute, wie ich schon gesagt habe, in meinem Leben nicht immer so, dass ich Resultate erlebe. Ganz besonders, wenn es darum geht, Gebete für die eigene Familie. Es ist nicht so, dass es die überhaupt nicht gibt, aber die sind nicht immer da. Öfters ist es so, dass die Resultate in Gebeten für fremde Menschen viel schneller und viel leichter und viel siegreicher in Erscheinung treten als für mich persönlich oder für meine Familie. Und das hängt nicht damit zusammen, dass ich jemanden mehr oder weniger liebe. Eigentlich steht die Familie mir näher, ja, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass ich meine Familie anders bewerte oder die Sorgen meiner Familie betreffen mich persönlich. Und die anderen Sorgen betreffen Jesus Christus. Und es ist für mich viel einfacher, diese Kraft durchzuleiten auf jemanden anders, das mich nicht bekümmert, weil ich weiß ganz genau, dass Jesus der beste Versorger für alles ist. Und wenn es mich persönlich trifft, dann habe ich damit ein größeres Problem. Und deswegen habe ich das wirklich in diese drei Stichpunkte unterteilt, weil ich allein selbst dadurch wachsen möchte und mir sicher bin, wenn du das verstehst und darin wachsen wirst, dass du dadurch unheimliche Erfolge verzeichnen wirst. Zu Beginn möchte ich dir vielleicht eine Frage stellen, wie reagierst du, wenn du zum Beispiel irgendwas deinen Eltern fragst, vielleicht hast du noch Eltern, vielleicht hast du die keine mehr und kannst dich zurückerinnern, wie das mal war. Wie war das, wenn du jetzt fragst und dann bekommst du eine völlige Ignoranz? Ich glaube, das ist eines der schlimmsten Dinge. Man kann mit Nein leben, man kann mit einer Erklärung leben, man kann mit vielen Dingen leben, man kann auch damit leben, wenn man irgendwas gefragt hat, aber man merkt, er hat es nicht gehört. Aber wenn du dir ganz sicher bist, dass der gegenüber, deine Eltern dich gehört haben und dich ignorieren, das ist schon ziemlich verletzend. Und genau das ist für mich extrem wichtig, auf Gott zu übertragen. Warum? Weil ich kann mit hundertprozentiger Garantie heute sagen, Gott hört immer. Es kann gar nicht anders sein, dass er dich nicht hört. Es ist unabhängig davon. Früher wurde mir als kleines Kind gesagt, wenn du sündigst, dann geht dein Gebet nur bis zur Decke und weiter nicht mehr, dann kommst du bei Gott gar nicht an. Das heißt, du bist selber schuld, er hat dich gar nicht gehört und deswegen hast du keine Antwort. Ja, oder du bist so ein Sündiger, dass er gehört hat und dir nicht antwortet. Das sind so Dinge, das sind Religionsflosken oder was auch immer. Eins steht fest. Gott hört dich immer. Und noch etwas steht fest. Gott möchte dir immer antworten, sogar viel mehr. Er hat schon geantwortet. Und das werden wir gleich lesen. Das ist biblisch belegbar. Er hat schon geantwortet. Ich hatte früher solche Fragen, du kannst doch nicht Gott quasi vorschreiben, was er zu tun hat. Bitte bete für jemanden, für eine Heilung oder für eine Lösung eines Problems. Lass die Entscheidung bei Gott. Und ich möchte dir heute sagen, Gott hat sich entschieden. Und das, wo du heute lebst, du lebst nicht in der Entscheidung, die Gott heute für dich, für dein Leben treffen muss, sondern du lebst in einer Entscheidung, die Gott schon damals getroffen hat. Er hat eine Entscheidung getroffen, die sich positiv für dein Leben auswirken kann. Kann deswegen nicht, weil er das sich anders überlegt. Er hat sie schon entschieden, sondern weil du oftmals diese Entscheidung in deinem Leben nicht akzeptierst. Und das ist wichtig zu verstehen, damit wir erfolgreich sind. Erfolgreich in unseren Gebeten. Ich bete, nachdem ich das alles verstanden habe, bete ich viel weniger für meine Sorgen. Oder besser gesagt, mein Gebet hat sich komplett verändert. Es hat sich reformiert. Ja, es ist ein ganz anderes Gebet geworden. Es ist ein Gebet mit meinem Freund. Es sind Diskussionen, es sind Fragen, Antworten ganz anderer Natur. Warum? Weil ich weiß ganz genau, ich lebe in seiner Versorgung. Und wenn irgendwas nicht ist in meinem Leben, wo ich sage, ich bin unterversorgt, so muss ich klar wissen, warum. Und das heißt, da forsche ich nach. Was blockiert sein Segen für mein Leben? Es ist wichtig zu verstehen, damit man das bekommt. Und deswegen habe ich wirklich diese drei Ursachen rausgeschrieben, die ich dir heute nahe bringen möchte. Warum bekommst du sehr oft keine Antwort auf deine Gebete? Oder warum bekommen wir keine Antwort auf die Gebete? Vielleicht bist du einer, der das immer wieder bekommt. Dann würde ich mich freuen, auch von dir noch mehr zu erfahren. Aber wenn du das nicht hast, dann hat es Potenzial. Und ich garantiere dir, wenn du dich darin übst, wirst du diese Antworten bekommen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Punkt 1. Du hast zu viel Angst vor dem Problem selbst. Es ist ein wichtiger oder eins der wichtigsten Punkte überhaupt. Warum ich keine Antwort auf mein Gebet vor Gott bekomme, hängt davon ab, dass ich das Problem über Gott stelle. Dass das Problem größer als Gott ist. Das heißt, ich habe mehr Angst vor diesem Problem, als dass ich Gott vertraue. Dieses Vertrauen ist viel kleiner als das Problem, das gerade vor meiner Nase steht. Und das ist eins der ersten Punkte, wieso wir keine Antwort auf unsere Gebete bekommen. Ich sage das nicht nur deswegen, dass ich dir irgendwas vorwerfen möchte. Ich sage das persönlich in erster Linie auch für mich persönlich. Weil ich das immer wieder merke, wie ich davor gesagt habe, zum Beispiel mit der Familie. Ja, es ist ein persönliches Problem. Und sobald das Problem persönlich ist, breche ich in einer bestimmten Paniksituation aus und möchte das sofort gelöst haben. Und wenn ich das sofort gelöst habe, schaue ich nicht mehr auf Gott, sondern ich schaue auf das Problem. Und dann versinke ich. Da gibt es ein super Beispiel in der Bibel dazu, als Petrus in einem Sturm aus dem Boot aussteigt und Richtung Jesus geht. Und er geht über dieses Problem. Ja, er hat plötzlich dieses Problem nicht. Aber als er plötzlich nicht mehr Jesus anschaut, sondern dieses Problem, erscheint ihm dieses Problem viel mächtiger als Jesus, der auch auf diesem Problem gerade unterwegs ist. Und in diesem Moment, in diesem Moment, fängt er an zu sinken. Und deswegen sagt Jesus, warum hast du gezweifelt? Das heißt, was hat Petrus dazu bewegt zu sinken? Zweifel, an wem, dass ihm das Wasser tragen kann, hat das davor auch nicht. Wer hat ihn davor getragen? Jesus Christus. Und deswegen sagt Jesus, du hast an mir gezweifelt, an meiner Kraft, an meiner Autorität über die Naturgesetze. Und deswegen fängst du an zu sinken. Plötzlich ist dieses Problem für dich größer geworden als ich. Und das ist eins der ersten Punkte, wieso wir in unserem Leben Niederlagen erleben müssen. Nicht deswegen, weil Gott heute so und morgen so über mich denkt. Nicht deswegen, weil ich vielleicht gesündigt habe und dann nicht gesündigt habe letztes Mal. Nicht deswegen, weil Gott gute oder schlechte Laune hat. Sondern deswegen, weil ich auf dieses Problem mehr achte, als ich vielleicht letztes Mal geachtet habe. Und das merke ich in meinen Gebeten. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken, wenn die Menschen zu mir kommen und sagen, bete für dies oder jenes. Ich versetze mich da erst gar nicht rein. Sondern ich spreche dieses Gebet aus. Ich schicke es in Form eines Wortes, in Form eines Bildes. Und dieses Problem ist gelöst. Das heißt, ich stelle da überhaupt keine Erwartung. Antwortet er nicht oder nicht. Ja, das heißt, vielleicht mache ich das nochmal eine Stunde später oder einen Tag später. Hacke ich da mal nach. Nein. Es ist ein einziges Mal. Ich muss es nicht mehr machen. Das ist Gottes Ding. Es ist seine Autorität. Und ich habe heute dieses Wort genommen und das Problem damit gelöst. Das hat zu weichen. So, und wenn ich das verstanden habe, funktioniert es auch. Aber sobald ich aus schlechter Erfahrung, aus Aussorgen, aus persönlicher Perspektive irgendwas anschaue, ist dieses Problem mir viel näher und dann bekomme ich Panik. Und dann bin ich nicht in der Lage, es zu lösen. Und die Bibel nennt uns ganz viele Menschen, die Gewinner waren und die Verlierer waren. Und jedes Mal, wenn du diese Geschichten in diesem Gedanken anschauen wirst, wirst du verstehen, warum diese Menschen Gewinner oder Verlierer waren. Ganz einfach deswegen, wie ich es dir gerade gesagt habe. Punkt Nummer zwei. Du weißt und sprichst zu wenig darüber, was Jesus für dich gemacht hat. Du weißt und sprichst zu wenig darüber, was Jesus für dich gemacht hat. Wir werden gleich ein paar Bibelstellen lesen. Und für mich ist wichtig, dass bei uns irgendwas verändert wird. Dass unser Denken anders anfängt zu denken. Das ist genauso, wenn ich mir eine Sprache aneignen möchte. Die Sprachen an sich sind durchaus so verwirrt, dass ich selbst den Satzbau mal vorne, mal hinten verändern muss. Zwischen Deutsch und Russisch allein die Zeilen. Wenn ich zweistelligen Zeilenbereiche gehe, dann ist es sehr schnell so, dass ich einfach die Zeilen verkehrt herum aufsagen muss. Das heißt, es passiert hier ein Umdenken. Und genau so ist es mit unseren Problemen, mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten. Wir müssen das umlagern. Und was müssen wir umlagern? Das heißt, wir müssen wissen, wohin wir es umlagern. Und wir müssen das auf Gott umlagern. Nur dann kommen wir in diesen Genuss, dass wir in der Lage sind, die Antwort von Gott zu bekommen. Wir können tagelang über alle Sorgen, über unsere Probleme reden. Wir können tagelang über bestimmte Dinge diskutieren. Das stelle ich immer wieder fest, im Freundeskreis und so weiter. Aber wenn es darum geht, über Gott zu sprechen, wird das oft sehr uninteressant. Da, wo mein Lieblingsthema eigentlich zum Tragen kommt, habe ich plötzlich meistens keinen mir gegenüber, mit dem ich darüber reden kann. Es sind die wenigsten Menschen, die ich kenne, mit denen ich mich komplett über Gott austauschen kann. Warum? Entweder haben sie ganz besonders ihre Meinung und bestehen darauf und verkaufen mich für irgendeinen Idiot. Oder die haben überhaupt keine Ahnung. So, und das ist das Ding, wieso wir verstehen müssen, was prägt heute mich? Was lebe ich? Es ist klar, wenn mein Problem in mir komplett existiert, komplett lebendig ist, dann sehe ich hinter diesem Problem nie Jesus. Ich kann niemals Gott vertrauen, wenn ich dieses Problem einfach vor mir sehe und wenn ich gar nicht darüber spreche, wie groß Gott ist. Kann Gott das lösen? Kann er nicht. Nein, ich gehe nur zu Gott und deswegen kommt auch dieses Gebet, jetzt, das so anflehend ist, Gott, bitte hilf mir. Nein, Gott hat dir schon geholfen. Nur du verstehst es nicht. Und du siehst nur dieses Problem an, aber nicht Gott dahinter, der das schon gelöst hat. Und lass uns mal dazu deswegen noch zuerst eine Bibelstelle anschauen, Jesaja Kapitel 53, Verse 4 bis 5. Bevor ich das lese, ein super Gedanke. Hast du schon mal daran gedacht, wann diese Bibelstelle verfasst wurde? Mehrere hundert Jahre, bevor Jesus in dieser Welt war. Und es ist eins zu eins so eingetreten, wie Gott es damals Jesaja gesagt hat. Kann man sich auf Gott verlassen? Ja oder nein? Und was sich da erfüllt hat, das möchte ich gerade lesen. Jesus hat unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unsere Sorgen auf sich genommen. Warum konnte er das machen? Weil er der Einzige war, den die Krankheit und Sorgen nichts anhaben konnten. Weil er der Einzige war, der über dieser Sorge regiert hat. Deswegen konnte er unsere Sorgen auf sich nehmen. Vers 5. Doch er wurde blütig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Er wurde blütig geschlagen. Warum? Weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Merkst du, was hier Jesaja sagt? Was hier eigentlich vor sich geht? Es geht heute um dich. Um mich. Und um Jesus. Es geht hier um eine ganz persönliche Beziehung. Und dann sagt er, und was haben wir jetzt davon? Wir haben nun Frieden mit Gott. Und durch seine Wunden erleben wir Heilung von unseren Wunden. Wann? Irgendwann im Himmel. Nein, jetzt. Wir bekommen zweierlei Segen. Wir bekommen die Heilung und wir bekommen Vergebung. Vergebung ist einfach, ist nicht sichtbar, nehmen wir an. Mit der Heilung müssen wir klarkommen. Wir kommen damit klar, wenn wir anfangen darüber immer wieder und immer wieder zu reden. Ich habe selbst Videos, Musikvideos schon erstellt, basierend in Vorbereitung. Allein aus dem Grunde, weil ich diese Bibelstellen immer wieder, immer wieder wiederhole. In Form von Gesang, in Form von musikalischer Unterhaltung, dass die nicht aus meinem Bewusstsein verschwinden, dass sie sich extrem tief in mir verankern, weil ich durch diese Bibelstellen Leben habe. Genau dasselbe spricht in 1. Petrus Kapitel 2, Verse 22 und 24. Das ist eigentlich eine Wiederholung. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Wer konnte den Fluch, den Adam damals in diese Welt brachte, durch seine Sünde auf sich nehmen? Nur der, der keine Sünde hatte. Der erste Adam wurde ersetzt durch den zweiten Adam und durch ihn haben wir Zugang in die ganzen Segnungen des ersten Adams. Durch ihn bekommen wir den ganzen Segen. Als er aus den Segen hinausgefallen war, hat Gott gesagt, wieso? Deswegen, weil Gott böse war? Nein. Sondern er hat gesagt, du bist jetzt verflucht. Nicht deswegen, weil ich das gemacht habe, sondern du hast es auf dich genommen. Und deswegen wird die Frau in Schmerzen gebären. Deswegen wirst du im Schweiß des Angesichts dein Brot verdienen. Nicht deswegen, weil ich das, sondern weil das jetzt so gekommen ist. Du bist schuld daran, nicht ich. Wir müssen das nicht Gott in den Schuh schieben. Wir müssen nur verstehen, wer wir sind. Und deswegen kommt Gott in dieser Welt in Form von Jesus nicht deswegen, weil er uns weiterhin bestrafen oder uns was antun möchte, sondern genau umgekehrt. Er möchte, dass wir wieder in das hineinkommen, was wir verloren haben. Und durch Jesus Christus haben wir es. Und dann stellt sich halt die Frage, warum leben wir nicht darin? Weil wir uns darüber nicht unterhalten. Weil wir uns damit nicht auskennen. Ganz einfach nur deswegen. Und deswegen bekommen wir keine Antworten auf unsere Gebete. Aber hier steht es ganz klar, Gott ist für unsere Krankheiten gestorben. Für all unsere Sünden ist er gestorben. Für all unsere Sorgen ist er gestorben. Und ich kann das heute vor Gott tragen. Ich kann heute zu dem Problem sagen, verschwinde aus meinem Blickwinkel. Ich möchte Jesus hinter dir sehen. Du versperrst mir die Sicht auf Jesus. Und ich bin mir ganz sicher, dass er von der anderen Seite genau diese Worte von mir erwartet. Und dann kommt die ganze Vollmacht von ihm in mein Leben herein. Und diese Probleme müssen weichen. Weil Jesus der Sieger ist. Weil er diese Probleme besiegt hat. Das ist wunderbar, nicht wahr? Das ist das, was mich motiviert. Was mich befreit. Was mir Kraft gibt. Das ist das, was mir Lebensfreude gibt. Ich hatte andere Zeiten hinter mir. Aber heute sehe ich immer mehr und immer mehr, wie Gott durch mich auch in anderen Menschen wirken kann. Und das ist so wichtig. Deswegen Punkt Nummer zwei. Du weißt und sprichst zu wenig darüber, was Jesus für dich getan hat. Du musst anfangen zu forschen. Ich habe einen Kurs erstellt, 21 Tage, für die Heilung. Da sind alle Bibelstellen oder wichtigsten, bei weitem nicht alle, wichtige Bibelstellen rausgetragen worden, damit man diese einübt und lernt. Warum? Weil wenn man darüber die ganze Zeit denkt, wenn man darüber die ganze Zeit diskutiert, wenn dann eine Sorge in mein Leben kommt, dann bin ich derjenige, der darüber herrscht. Und das ist wichtig zu verstehen. Und lass uns den letzten Punkt anschauen. Du hast keine Praxis. Oftmals sehe ich immer wieder dieselben Fragen. Bei dir funktioniert es, bei mir nicht. Ganz einfach. Ich bin kein bisschen heiliger als du. Ich sage das nicht deswegen. Ich bin heilig in Jesus Christus. Und ich zweifle nicht daran. Aber du bist es genauso. Und wenn du der Meinung bist, dass du es nicht bist, dann bedarf es heute nur ein paar Wörter. Jesus, ich bin dein Kind. Und in diesem Moment wirst du genauso sein. Das heißt, uns unterscheidet heute überhaupt nichts. Und es gibt heute keinen Menschen, der heute über dir stehen kann. Es gibt keinen heiligeren als du in diesem Moment. Auch wenn sehr viele Menschen sich dieses Vorrecht ergreifen möchten, dann haben sie ein riesiges Problem. Und ich kenne viele dieser Menschen, die denken, die sind heiliger als die anderen. Aber da möchte ich heute auch nicht rein. Ich möchte dir heute etwas offenbaren. Du hast heute die Möglichkeit, das zu bekommen, was Gott dir versprochen hat. Lass es nicht an dir vorbeistreifen. Du kannst heute wachsen. Es ist nur deswegen, weil du keine Praxis hast. Das heißt, als erstes musst du sagen, es gibt einen Herrscher über ein Problem. Als zweites musst du feststellen, du kennst diesen Herrscher über das Problem. Das ist Jesus Christus. Du musst diese Bibelstellen kennen, die absolut das sagen, dass du die Person bist, die diese Autorität hat. Und als drittens musst du die Praxis dir aneignen, diese Kraft über dieses Problem oder diese Vollmacht über dieses Problem auszustrecken. Ich könnte es vielleicht so ein bisschen beispielhaft annähernd erklären im Beispiel, vielleicht wie so ein Polizeibeamter, der vielleicht den ersten Einsatz hat, gerade die Schule hinter sich hat, keine Erfahrung hat. Und er trifft einen, den er überhaupt, oder wo er weiß, der andere kann ihn überhaupt nicht leiden. Was wird er im ersten Moment machen? Er wird garantiert weglaufen. Er wird garantiert zitternde Knie bekommen. Er wird garantiert nicht das sagen, was er sagen wollte. Warum? Weil er Respekt vor diesem Problem vor ihm hat. Aber wenn er wächst, wenn er sich seiner Autorität bewusst ist, wenn er weiß, was hinter ihm steht, obwohl er dieselbe Person ist, kann er sagen, ich kann mehr. Ich habe heute zu sagen, was du zu tun hast. Und das ist wichtig zu verstehen. Wir sind diejenigen, die heute zu sagen haben, was Problem uns gegenüber zu tun hat. Nämlich zu verschwinden. Und das ist wichtig. Und deswegen brauchen wir diese Erfahrung. Wir brauchen diese Praxis. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 12 folgendes. Wahrlich, wahrlich. Ihr sagt das zweimal. Wahrlich, wahrlich. Ich sage euch. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater. Was hat Jesus hier gesagt? Es gibt auch hier sehr viele Erklärungen. Das war mal. Das ist nicht. Das betrifft uns heute nicht. Du entscheidest heute wem und was du glaubst. Ich kann dich nicht überzeugen. Ich kann dir nur sagen, was bei mir funktioniert. Und ich kann dir sagen, was Jesus gesagt hat. Ich habe das, was er gesagt hat, im Glauben angenommen. Und das ist das, was wichtig ist. Wenn deine Eltern plötzlich auf deine Bitte geantwortet haben. Was machst du? Du gehst und tust das, wozu die Eltern dir die Autorität gegeben haben. Du handelst in der Vollmacht, in der Erlaubnis. Gott hat sich vor 2000 Jahren dafür entschieden, deine Probleme zu lösen. Er hat sich für dich entschieden. Und Jesus sagte, du kannst wahrlich, wahrlich, es war ihm sehr wichtig, du wirst diese Dinge tun. Deswegen möchte ich dich aufrufen, fang an. Mach kleine Schritte. Sag Jesus, ich möchte zuhören, was sagst du? Und dann hör ganz genau zu, was plötzlich in deinem Kopf erscheint. Vergleich es mit der Bibel. Versuche es in deinem Leben zu realisieren. Umzusetzen. Zuzuhören. Vergleichen. Sammel Erfahrung. Bete für jemanden. Wenn du jemanden siehst, frag, darf ich für dich beten? Und du wirst sehen, wie plötzlich die Dinge sich verändern werden. Und wenn du dann ein Problem hast, dann wirst du dieses Problem ganz anders angehen. Dann wirst du feststellen, dass du plötzlich keine Probleme mehr hast. Ich wünsche dir darin Gottes Segen. Sei gesegnet. Und wenn dir das gefallen hat, was du hörst, teile dieses Video mit anderen. Schreib Kommentare. Ich werde mich darüber freuen, wenn ich sehe, dass mein Dienst nicht umsonst ist. Ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn du einer von den Personen bist, die diesen Dienst teilen und in dieser Welt austragen. Du hast das Potenzial dazu. Sei gesegnet. Jesus lebt in dir.